Und hallo, herzlich willkommen zu, zurück zu meinem Let's Play und hier ist euer Tobi Erpel. Und tja, was ihr seht erfahrt ihr nach dem Intro. Und tja, herzlich willkommen zu einem Minecraft-Spiel. Nach Jahren, nach Monaten, ja, nein, das weiß ich nicht unbedingt. Tja, und was spielen wir? Block-Party! Oh yeah! Tja, wie ich habe gerade... Ja, wie hieß denn nochmal? Ah, jetzt habe ich es vergessen. Aber ja, wir spielen hier Block-Party auf dem Hive-Server. Ja, jetzt geht doch... Also, ähm, ja, ähm... Hoffentlich, dass es gut geht. Also, ja, dass ich hier mit dem Server erstellen muss, weil ich habe lange nicht, bis ich in den ganzen Server reingekommen bin. Hallo, 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 hallo So, hier die ganze Technik und mein Handy hat Vibriatier, da sind wir es jetzt, interessiert mich jetzt nicht, ich bin jetzt im Let's Play, äh, what, gut, äh, äh, dass man auf diesem Block bleibt, was passiert da? Und das kommt jetzt... Grey Falscher,인데요, richtig! Oh mein Gott, Light Blue. Niemand gestorben, ihr hattet. Falsch. Also für die. Purple, 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 purple. Gluck gehabt. Red. Red. So. Begunter. 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 Keine Ahnung. Wie so wie. Was ist das für ein Farber? Weit. Ob es mit. Oh ja. Oh, das wird immer schneller. Magneter. Oh. Dancess 3. Pink. Ich bin falsch, hä? Genau. Tja, mach ich jetzt dort mal weiter. Ähm. Wir haben keine Ahnung. eine Zeit zu verlieren. Äh. Ich sage zu viele Leute. Äh. Gut. Also keine Angst, es wird sicher noch mehr LOL Express geben. Ich will nicht immer, 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 mag ich spiele LOL, aber ein Kollege hat mir geholfen, Z besser zu spielen. Ähm. Und ja. Was kann ich dazu sagen? Im letzten 3 und hatte ich ja 8, 8, 2, glaube ich. 8, 2. 8, 2, 13. Haha. Ein paar haben mir alle die Kills weggenommen. Ich hoffe, dass ich die andere Sachen gemacht habe. Tja. Was kann man schon da machen, wenn sie mit einem Reis wegnehmen? Ah. Stärigkeit habe ich. Ja. So. Da haben wir eine hübsche. Oh. Hallo. Haha. Nein. Was solltest du sein? Ein Magier? Okay. Haha. Haha. Und. Rennt euch nicht davon, ey. Wir haben den ganzen Tag. Wir haben den ganzen Tag. Wir haben den ganzen Tag. Also den ganzen Nachmittag. Yellow. Hallo. Ahem. Ich will einfach die Schuhe abnehmen, aber ich habe zu wenig Tagens. Hmm. Orange. Lime. Einmal halbieren. habe ich Lime mit Grün verwasselt. Wie die. Das daft Grün gegangen. Noch mal Lime. Nein. Das war jetzt Lime. Das war jetzt Lime. Das war jetzt Lime. Das war jetzt wirklich Lime. Ja. Komm schon. Ahem. 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 Da ist Schuhe. Ahem. Ahem. Oha. Ich halb. Ahem. Ahem. Verdamm Alyck. Einmal schade ein Mal för Bowl sono . Ahem. Ahem. Leckt jetzt mein PC oder ist er wirklich dort drin? Hallo, ich hab diesen Skin, ich mach ihn noch im besseren, oder ich kann bleiben, also nein, ich downloade mir am besten, aber ich mach es lieber Serb, also Serbanskin, das möchte ich eben. Das liebe ich. Slime da Party. Aha, für das sollen wir Voten. Ah ja, ich bin Party-Animal. Ich bin Party-Animal, weil ich schon einen Raum gesiegt habe, also in der Gewinnergewissen. Es war alles runter, also ich bin auch runtergegangen, also ich hab verloren, aber ich war der Letzte. Und ja, da hatte ich noch Glück, dass ich nicht runtergefahren bin. White. Oh mein Gott. Black. Das ist extra so gemacht, es ist dunkel, es ist ein bisschen schwieriger alles zu merken. Green. Jetzt kommen alle hier. Nochmal Black. Oh, ist Black. Hier. Gehen wir zurück zum Up. Äh, da. Ich geh mal hier rein. Oder? Ne. Um ja besser und selber, ich will nicht zu lange. Okay, doch. Wir sind sogar so viel drin. Ich hab schon. Schön fertig. Gut. Wie lange nehm ich schon auf, mal wieder weiß ich nicht. Sehr gut. Okay. Das geht genug. Okay. Grund, dass ich mich noch fangen. Oh, fuck. Schön serio das! Deine Welche! Wenn du wieder! Schönen wir schon wieder. Wie lange klären. Wie birthday کے杯 isbi interfere. les dieses les dieses buch les dieses buch das sieht geil aus so Das sieht einfach nur geil aus. Level, das heißt LVVL. Gluck spielt. Red. Das war nicht gerade. Red. Damm it. Make a cake. Make a cake is even better. Ich bin hier hoch. Geht aber nicht. Aha. Aber es ist Maxi Enderman. Tja, kein Wunder, du kannst dich ja immer porten. Hehe. Ich bin der Lobby BP Session 40. Blog Party Session 40. Dank. Hä? Wir haben persönlich. Okay, mal schauen wir mal an. Ich habe ihn. Ich möchte auch nie nemals die Ahreblächer benutzen. Den Motten hätte. Ich seh'n ja, okay das ist das ganze Powerfeld hier. Nein, bekam er noch so dumm sein. Ich kann ihn ja auch sehen, ich kann ihn ja auch sehen. Black Ich kann nicht runterfallen Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Ich kann nicht Öh... Wo ist Red? Red, Red! Oh, den Äcken! Und Äcken! Öhh... Mino, 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 mino! Öhh... Und so, ähm... Ja, ich glaube, ich bin schon seit 15 Minuten da verdienen. Ja, lassen wir es. Ähm... das sagen wir ich habe meine abschiedsgruß und davor schaltet nicht ab, noch nicht abonniert mich und like das Video und teilt es an der gottzer Welt dass es euch noch, dass es heute einen Letztplayer gibt der auch gute Videos macht hohohoho ja, abonniert meinen Kanal und weitere Minecraft Lesbos zu sehen und weitere Lollexpresses und Legal Legends und ja und wir sehen uns Bye